Moin Geertester, in diesem Video sprechen wir darüber, was der Unterschied zwischen einem Wärmebild und einem Nachtsichtvorsatzgerät ist. Wenn ihr in die Nachtjagd-Szene startet und ihr wollt nachts auf Sauen jagen, stellt sich als erstes die Frage, was für eine Technik schraube ich auf meine Waffe. Ist das ein Wärmebildvorsatzgerät oder ein Nachtsichtvorsatzgerät? Wir springen ein bisschen geschichtlich zurück. In den Anfang der Nachtsichttechnik gab es Nachtsichtröhren. Das sind extrem verstärkende Restlichtverstärker aus Glas, um es einfach auszudrücken, also Linsen, die eben das Restlicht verstärken. Dazu wurde oft ein Infrarotstrahler eingesetzt, da es der Wellenlängenbereich ist, der eben sichtbar wird mit Hilfe dieses Restlichtverstärkers. Mittlerweile gibt es jede Menge Restlichtverstärker, auch digital, wie hier. Ich habe hier das HIC Micro Cheater. Das ist ein digitales Nachtsichtvorsatzgerät. Also ein digitaler Sensor, der das Restlicht sichtbar macht und mit Hilfe eines Infrarotstrahlers, der je nach Gerät entweder fest verbaut ist oder zusätzlich adaptiert werden kann. Ohne diesen IR-Strahler ist es meistens nicht möglich, bei völliger Dunkelheit irgendetwas zu sehen. Ihr braucht also ein Restlicht oder eben eine Lichtquelle wie diesen Infrarotstrahler, um etwas erkennen zu können. Im Gegensatz dazu funktioniert ein Wärmebildgerät ganz anders. Ein Wärmebilddetektor zeigt Wärmequellen an, die entweder Wärme reflektieren oder abstrahlen. Die werden dann durch den Detektor wahrgenommen und im Bild angezeigt. Beide Geräte haben also einen Bildschirm, auf den ihr schaut, wenn ihr die vor eurer Zielfernrohung montiert habt. Deswegen müssen auch beide Geräte eingeschossen werden, sodass der Haltepunkt von eurer Waffe mit und ohne Vorsatzgerät identisch ist. Der Vorteil von Wärmebildgeräten ist, dass eben Wärmequellen wild zum Beispiel sehr schnell detektiert, also erkannt werden können. Ihr schaut durch und seht sofort, da steht eine Sau. Bei einem Nachtsichtgerät habt ihr ein realistisches Bild, weil ja die Linse und der Detektor mit Hilfe eines Infrarotstrahlers das Bild so projizieren, so zeigen, als wenn ihr eben durchschauen würde, nur dass es entweder schwarz-weiß oder grün ist. Zum Ansprechen ist also ein Nachtsicht-Vorsatzgerät unschlagbar. Ihr habt ein realistisches Bild, die Auflösung ist meist auch höher und ihr könnt jedes Haar zählen. Bei einem Wärmebildgerät ist es so, dass das Ansprechen nicht immer ganz so einfach ist, je nach Qualität des Wärmebildgerätes natürlich, weil ihr eben dieses, ich sage mal, verstellte Darstellung habt, das eben diese Wärmestrahlung zeigt. Die digitale Nachtsicht ist im Vergleich zu der Röhrentechnik, wie sie früher angewendet wurde, sehr günstig. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass die Röhrengeräte über 7.000 Euro gekostet haben und ihr hattet keinerlei Möglichkeit zur Anpassung des Haltepunktes. Also ihr habt das Ding auf euer Zielfernrohr gesteckt. Entweder es hat gepasst oder es hat nicht gepasst. Wenn es nicht gepasst hat, musstet ihr das mit dem Hersteller hin und her schicken, gucken, ob man das irgendwie kalibriert bekommt, weil es gibt keinerlei Einschießmenü oder ähnliches. Das ist bei den digitalen Geräten ganz anders. Da habt ihr ein Einschießmenü, ihr könnt es auf jede eurer Waffen einschießen und ihr habt auch natürlich die Möglichkeit, Videos und Fotos zu machen. Das ist mit einer Röhre auch nicht möglich. Zudem sind die digitalen Geräte um einiges leichter. Die wiegen nur ein paar hundert Gramm und so eine Nachtsichtröhre kann schon mal knapp an ein Kilo wiegen. Es ist nun die Frage, welches Gerät ist für welchen Jäger das Richtige. Erstmal preislich sind die Nachtsichtgeräte natürlich von Vorteil. Dann ist es aber so, dass wenn ihr Bäume, Grashalme, was auch immer vor eurem Motiv oder vor dem Stück Wild habt, seht ihr das Stück nicht mehr sehr gut, weil der Baum oder das Gras oder was auch immer den Infrarotstrahl reflektiert und so alles, was dahinter quasi im Schatten steht, schlecht zu sehen ist. Ihr seht auf jeden Fall die Lichter des Wildes reflektieren und könnt darüber ganz schnell erkennen, wo es sich befindet. Beim Wärmebildgerät ist es so, dass ihr auch, wenn viel Gemüse vor dem Stück Wild ist, immer noch erkennt, wo es ist. Das ist auch ein großer Vorteil, birgt aber die Gefahr, dass ihr durch Gras oder so hindurch schießt, ohne es wirklich zu wollen. Wenn ihr also in einer Feldjagd unterwegs seid, auf dem gelegten Mais, auf den Stoppeln und so weiter jagt, ist ein Nachtsichtsvorsatzgerät vielleicht das Mittel der Wahl. Wenn ihr im Wald jagt und Lücken habt, wo ihr dann eventuell eure Chancen nutzen müsst oder ihr jagt zum Beispiel im Weizen oder im Mais, dann ist Wärmebild ungeschlagen, weil ihr das Wild nie aus den Augen verliert. Zum anderen müsst ihr bei Nachtsicht bedenken, dass es in Deutschland bisher nur in Bayern erlaubt ist, einen integrierten Laser zu nutzen. Das ist eine total schwachsinnige Gesetzesvorgabe. Ihr dürft Infrarotstrahl oder Taschenlampen nicht an der Waffe montieren und dann damit jagen. Das Problem habt ihr beim Wärmebild natürlich nicht, weil der keinerlei zusätzliches Licht benötigt. Beim Infrarotstrahler ist es so, dass ich das hier in Niedersachsen zum Beispiel so nicht an meiner Waffe montieren darf, um damit zu jagen. Dann müsst ihr bedenken, dass in Nordrhein-Westfalen beide Geräte nicht erlaubt werden, weil es digitale Geräte sind. Da ist es so, dass ihr nur mit Röhren jagen dürft und wer auch immer sich das ausgedacht hat, hat überhaupt keine Ahnung. Und es ist aber momentan noch Stand der Dinge, dass ihr da keine Wärmebildgeräte und keine digitalen Nachtsichtgeräte nutzen dürft. Wenn ihr ein passionierter Saunenjäger seid, führt eigentlich kein Weg um ein Wärmebildgerät drumherum. Wenn ihr da aber etwas Geld sparen wollt und ein gutes Handgerät habt zum Detektieren und zum Ansprechen der Stücke, dann könnt ihr natürlich auch beim Vorsatzgerät ein bisschen Geld einsparen und eine Nachtsichtlösung nutzen. Ihr müsst berücksichtigen, dass eventuelle Vegetation im Weg dann auch dafür sorgt, dass ihr das Stück eben nicht sehen könnt. Ihr seht aber die Vegetation. Also es hat Vor- und es hat Nachteile. Im Folgenden blende ich euch Szenen ein, die ich mit dem Wärmebild und mit dem Nachtsichtgerät gefilmt habe, um euch die Unterschiede zu zeigen. Wenn ihr noch weitere Fragen zu den Techniken habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich versuche sie so schnell wie möglich zu beantworten. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.